Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage von der Elisabeth aus der Landeshauptstadt München geht. Die Elisabeth hat mir geschrieben, ihr schimpft ja, mit ihr meinen sie die Bayerische Staatsregierung aus Freien Wählern und CSU, wie die Rohrspatzen, schönes bayerisches Säen, Elisabeth, auf die Berliner Ampel im Hinblick auf Corona. Ihr Freien Wähler wolltet doch auch die Maßnahmen zurückfahren. Was stört euch denn jetzt, will die Elisabeth von mir wissen. Ja, liebe Elisabeth, das erkläre ich dir gerne, denn es ist in der Tat richtig, dass wir uns in einiger Hinsicht geärgert haben über das, was jetzt in Berlin beschlossen oder vielmehr nicht beschlossen worden ist und darüber, dass wir auf Ebene der deutschen Länder jetzt sozusagen den schwarzen Peter zugeschoben bekommen und zeitgleich das entscheidende Instrumentarium genommen bekommen, um das zu tun, was nach fester Überzeugung von uns eigentlich nötig wäre. Aber von Anfang an, Elisabeth, vielleicht zunächst das große Lagebild. Denn die Stelle, an der wir im Rahmen der Pandemiebewältigung zwischenzeitlich angekommen sind, die ist ja durchaus einigermaßen tricky und es ist schon eine Art Nahtstelle, richtungsweisende Entscheidung, wie man jetzt im Hinblick auf die Pandemie weiterfahren möchte. Denn einerseits ist natürlich richtig, was eine Gruppe der gesellschaftlichen Beobachter immer wieder sagt, die zum Ausdruck bringen, die Zahlen sind doch so hoch wie noch nie. Nie gab es mehr Infektionen als genau jetzt. Schaut doch mal auf die Inzidenzen und genau jetzt wollt ihr die Corona-Regeln lockern. Also ein Standpunkt innerhalb der Gesellschaft, den ich einigermaßen lautstark wahrnehme, heißt völlig falscher Zeitpunkt, Thema verfehlt. Wir haben bei niedrigeren Inzidenzen mehr Schutz gemacht. Jetzt sind die Inzidenzen so hoch wie noch nie und ausgedechnet jetzt lockert ihr die Regeln. Diesem einen Standpunkt steht ein zweiter Standpunkt gegenüber, der genau das Gegenteil davon formuliert. Und die Überschrift davon könnte heißen, Omikron ist nicht Delta. Und auch das, Elisabeth, ist natürlich gewissermaßen richtig. Denn eines sehen wir ja Gott sei Dank, mindestens jetzt in der Zeit des Frühjahrs und des Sommers. Und vor allen Dingen unter der Maßgabe, dass Omikron die neue dominierende Variante ist, nämlich dass Gott sei Dank die Krankheitsverläufe bedeutend schwächer, weniger kompliziert und in ihrem Ausgang eben weniger tödlich, weniger schlimm, nicht mit Intensivbelastung ablaufen, als das in der Vergangenheit bei Delta und bei den anderen Varianten der Fall gewesen ist. Man könnte, um es auf einen Nenner zu bringen, vielleicht sagen, das, was die ganzen Querdenker und Schwurbler immer völlig deplatziert und absolut zu Unrecht im Hinblick auf Delta gesagt haben, nämlich dieses Corona ist doch nur eine Grippe, was natürlich totaler Käse war, als unfassbar viele Menschen daran leider versterben mussten, dass das jetzt im Hinblick auf Omikron vielleicht so falsch nicht mehr ist. Denn das, was wir zwischenzeitlich sehen, sind in der Tat zwar hohe Ansteckungsraten, ganz, ganz viele Menschen. Ich denke, Elisabeth, es wird hier im privaten Umfeld genauso gehen wie mir. Unfassbar viele Leute haben im Moment Corona, aber die Verläufe, die entsprechen Gott sei Dank halt eher einer Erkältung als dem, was wir bisher von Delta kannten bis hin zur Beatmungspflicht und zu den hohen Todesraten. Früher hatten wir Inzidenzen von 40 und 50 und tausende Tote und zwischenzeitlich verlagert sich die Belastung in den Krankenhäusern Gott sei Dank weg von den Intensivstationen zu den Normalstationen, zu den Hausärzten und zu Verläufen, bei denen die Menschen dann Gott sei Dank nach ein paar Tagen mit einer Art Erkältung anschließend wieder fit sind in der großen Masse derjenigen, die sich infiziert haben. Also zweiter gesellschaftlicher Standpunkt, jetzt ist doch dank Omikron mehr so eine Grippe von Corona übrig. Wenn wir nicht ständig testen würden, wüssten wir gar nicht mehr, dass Pandemie sich überspitzt ist ein bisschen. Also fahrt doch jetzt bitte die Maßnahmen zurück. Und zwischen diesen beiden Extrempolen Politik zu machen, die Regeln zu definieren, das ist in der Tat nicht ganz trivial, deshalb, weil die Wahrheit Elisabeth, wie so oft im Leben, wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen wird. Wir Freien Wähler sind deshalb schon der Auffassung, dass es richtig und wichtig ist. Wir standen ja immer so ein bisschen für die Zuversicht in diesem Gleichklang aus Umsicht, Vorsicht und Zuversicht innerhalb unserer Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU. Wir glauben, dass jetzt schon die Zeit ist, den Menschen auch wieder Lebensfreude zurückzugeben. Ich glaube, es war jetzt schwer genug in der Corona-Zeit und es ist auch schon wieder schwer genug mit der nächsten großen Krise, der Ukraine-Krise. Und deshalb, wenn jetzt wieder Normalität möglich ist, dann müssen eingeschränkte Freiheits- und Grundrechte auch wieder zurückgegeben, ja entsprechend in den normalen, in den Urzustand versetzt werden. Und wir meinen schon, dass gerade jetzt im Frühjahr, im Sommer die Zeit dafür gekommen ist, weil Omikron eben nicht Delta ist. Warum ärgern wir uns trotzdem über Berlin? Na ja, Elisabeth, weil so wie die Berliner das machen, das natürlich nicht geht. Was hat Berlin getan? Berlin hat einen Freedom Day ausgerufen am Sonntag und hat vermittelt, ab jetzt, da empfallen alle Corona-Maßnahmen und es gilt nur noch der sogenannte Grundschutz. Wir gehen zurück in die Normalität. Wir ermöglichen wieder mehr Freiheit, so weit, so gut. Aber das gleiche Berlin, die gleiche Amteregierung hat in Gestalt ihres Bundesgesundheitsministers, in Gestalt von Herrn Lauterbach, zeitgleich gesagt, naja, aber so ernst ist das jetzt nicht gemeint. Liebe Länder, bitte, bitte, dazu ruft Herr Lauterbach uns jeden Tag auf, macht ihr doch die Sonderregelungen, erklärt ihr euch doch bitte zum Hotspot und beschließt ihr auf Länderebene wieder Einschränkungen. Bitte verhindert, dass das eintritt, was wir in Berlin beschlossen haben, diesen Freedom Day. Wir wollen ja gar nicht, dass der kommt, aber ihr müsst jetzt den schwarzen Peter nehmen als Länder. Wir verkünden großspurig den Freedom Day und befreien Deutschland von Corona und verweisen zeitgleich auf die Länder und sagen, liebe Länder, bitte sagt ihr aber den Menschen, dass das gar nicht ernst gemeint ist und beschließt ihr die Einschränkungen, die es vorher gegeben hat, dann halt auf Landesebene wieder, dann sind wir die Guten und ihr seid die Bösen. Und das ist natürlich ein politischer Taschenspielertrick, der jetzt auch hier in Bayern, im Bayerischen Landtag, phänomenal aufgeflogen ist, in dem ausgerechnet die Grünen beantragt haben, wir mögen doch jetzt mal Bayern als Hotspot definieren. Also die Grünen wollten die Debatte auf den Weg bringen und damit als bayerische Grüne, wenn man so will, ja genau diejenige Gesetzeslücke füllen, die die Bundesgrünen erst eröffnet haben, indem sie wohl auf Bitten der FDP dort den Freedom Day verkündet haben. Also deshalb, Elisabeth, das ist natürlich wirklich ein politischer Taschenspielertrick, das ist eigentlich ein Treppenwitz, zu sagen, die Länder sind jetzt der Reparaturbetrieb für das Ampelchaos in Berlin, wir verkünden in Berlin mit breiter Brust den Freedom Day und sagen im gleichen Abbezug, in den Ländern machen wir den aber bitte wieder rückgängig. Das glaube ich, ist mehr als unredlich und schafft natürlich einerseits nicht wirklich Vertrauen in Politik auf der einen Seite und führt zum anderen natürlich auch zu dem, was wir nie wollten während der gesamten Pandemie, nämlich einem bundesweiten Flickenteppich, weil dann unweigerlich jedes Bundesland nach Maßgabe seiner Infektionslage, auch nach Maßgabe seiner Lage in Deutschland völlig andere Regeln beschließt und dann gilt, wenn man aus Bayern rausbaut, was anderes in jedem anderen Bundesland und es kann ja nicht ernstlich das Ziel der Übung sein. Also die Ampel hinterlässt an dieser Corona-Kreuzung jetzt wirklich ein heilloses Chaos und wir Länder, wir sollen die Scherben dessen wieder zusammenkehren und das ärgert uns natürlich, wenngleich ich ausdrücklich sage, wir Freien Wähler machen uns und das ist der zweite Punkt, der mich ärgert an der Ampelpolitik, um das Frühjahr, um den Sommer in der Tat nur überschaubar viel Sorgen. Wir wissen aus den letzten zwei Jahren Corona, dass es eine extreme saisonale Dynamik gibt und das jetzt im Sommer, die respiratorischen Erkrankungen, wenn es wieder warm wird, Gott sei Dank einfach durch diesen Effekt schon zurückgehen werden und wir jetzt Gott sei Dank wirklich einen relativ normalen Sommer, ein normales Frühjahr genießen können und da freuen wir Freien Wähler uns auch drauf. Was uns aber ärgert ist, dass die Ampel ihren Arbeitsauftrag in der Bundesregierung völlig von sich weist, jetzt die Voraussetzungen zu schaffen für den Herbst und für den Winter, denn eines ist klar, nach diesem hoffentlich coronamäßig einigermaßen entspannten Frühjahr und Sommer, da würde auf jeden Fall eines wieder kommen, nämlich ein Herbst und ein Winter. Und solange in anderen Regionen dieser Erde, auf anderen Kontinenten die Impfquote so gering ist, wie sie das leider noch immer ist, solange ist überhaupt nicht davon auszugehen, dass der Mutationsdruck entfallen ist und solange muss man ganz im Gegenteil davon ausgehen, dass wir natürlich nächsten Winter neue Varianten sehen werden, neue Mutationen sehen werden und dann wird es darauf ankommen, sind die aus dem Virus stammen oder sind die aus einem Nebenast des Viruses, wie wirken die sich aus, wie stellen sich die Verläufe da, wie ansteckend sind die Mutationen. Aber Elisabeth, niemand kann uns heute garantieren, dass wir im Herbst nicht eine Mutation sehen, die vielleicht so ansteckend ist wie Omikron, aber so gefährlich wie Delta. Und dann geht der ganze Wahnsinn wieder von vorne los, dann haben wir eben nicht die Pandemie final hinter uns gelassen, wenn wir uns darauf jetzt im Frühjahr, im Sommer nicht vorbereiten, sondern dann geht es nächsten Herbst wieder in den Lockdown und dann pendelt sich so etwas ein als neuer Lebensrhythmus, der da heißt, im Sommer normales Leben, im Winter wieder Lockdown, im Sommer normales Leben, im Winter wieder Lockdown. Und genau das wollen wir Freien Wähler nicht. Wir wollen diese Pandemie jetzt final hinter uns lassen, denn Corona wird uns bleiben, ohne Frage. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir so gut vorbereitet sind, dass wir normal mit diesem Virus leben können, so wie beispielsweise mit dem Influenza-Virus und mit anderen Viren. Und deshalb müssten wir uns jetzt im Sommer darauf vorbereiten, müssen wir jetzt für eine entsprechende Impfquote sorgen, müssen wir jetzt dafür sorgen, dass es dann funktioniert und flutscht mit dem Testen, mit dem Impfen und dafür sorgen, dass wir dann auch das medizinische System endlich so weit aufgebaut haben, dass nicht nach zwei Wochen wieder alle nach Überlastung schreien. Und dafür sehen wir in Berlin leider im Moment überhaupt keinen Ansatz. In Sachen des Impfens immer noch keine Beschlussfassung des Bundes, in Sachen der Krankenhäuser immer noch keine Entscheidungen, die dazu führen würden, dass die Kapazitäten hochgefahren werden, sondern eher wieder das, wir schließen die Impf- und Testzentren und im November wachen wir auf, als ob mir etwas gewesen wäre und dann beginnt der ganze Wahnsinn von vorne. Das, Elisabeth, sind die zweiten Punkte, die uns wirklich nerven an der Art und Weise, wie die Ampel ihre Verantwortung, die die Menschen bei der Wahl ihnen zugedacht haben, als neue Bundesregierung einfach nicht wahrnimmt, sondern tatenlos zusieht, den schwarzen Peter für die kurzfristige Corona-Politik einfach zu den Ländern schiebt und langfristig rein gar nichts unternimmt, sodass wir Gefahr laufen, dass das Ganze im Herbst dann wieder von vorne beginnt. Und das halten wir für falsch und deshalb artikulieren wir das auch klar und werden versuchen, wenigstens für Bayern, für die Menschen in unserer Heimat, das als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU bedeutend besser zu machen. Das, liebe Elisabeth, als Antwort auf deine Frage. Und wenn auch ihr eine Frage habt zu Corona, zu Ukraine oder zu all den anderen politischen Themen, die uns im Bayerischen Landtag und darüber hinaus beschäftigen, dann macht es wie immer, postet sie unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn ich mich wieder aus dem Maximilian Neum melde. Und es heißt Frag Fabian.